Hallo? Ja, der bin ich. Ähm, stopp, stopp. Ein Kollege von Ihnen hat letzte Woche schon mal angerufen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf dieses Angebot. Und ich habe jetzt auch keine Zeit, mir das Gewäsch nochmal anzuhören. Tschüss. Oh, was? Ey, es gibt's doch nicht hier. Sie wissen schon, dass Sie im Haus schon wischen dran sind. Ich habe keine Lust, dass Sie diese Woche wieder für Sie mitzumachen. Das gehört Sie hier in Aufgang. Ey, ich hab's da eigentlich gar nicht wirklich mit Ihnen verreden müssen. Ich wollte noch nicht. Boah. Oh, nee, ey, was denn schon wieder? Ja, folgt, los, hier lieber. So, das ist nicht alles wieder, oder? Äh, ich vermarsche. Ach, doch, freige Traum. Oh, oh. Sie wissen schon, dass Sie diese Woche mit Hausflugischen dran waren. Ich habe keine Lust, das wieder mitzumachen. Ja, sorry. Entschuldigen Sie bitte, ich hab's diese Woche vergessen. Ich werde jetzt auch gleich an Ideen. Arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020